Hallo Knusperkekse und Blubayerschen! Herzlich Willkommen zurück in Batman Arkham Knight! Wir spielen jetzt hier weiter an der Hauptmission und wir sollen hier Scarecrow finden. Der plant hier nämlich Gotham mit einem toxischen Gas alle zu machen. So, da vorne muss ich hin, 100 Meter wird mir angezeigt. Oh, warte mal! Da ist ein Gegner. Dann lass mal hier von der Seite, ich versuche mal von der Seite hier die Einzelnen auszuschalten, mal sehen, ob mir das gelingen wird. Okay. So, wo ist... wo ist Homan da? Ultis Fuchsale! Da sind vier Gegner drin. Und hier draußen, hier schwänzeln auch nochmal Gegner rum. Aha, da geht einer gerade nach unten. Die Stufen werden wir doch gleich mal nutzen und den hier platt machen. Ja, die Fledermaus, die ist hier. Komm her! Gibt's auf die Fresse! Richtig schön! Gediegen! Jawoll! Eine osmanische Backpfeife für dich! Einen schönen Konter für dich! Jawoll! Oh! Pam! Oh! Von oben! Schön! Mit der Faust! Auf den Kopf! Komm her! Komm zu Papa! Pam! Bastard! Der Bastard ist down! Spitze! 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 So! Lass mal hier nachsehen. Ich kann hier durch Wände sehen mit diesem Detektiv-Modus. Und die Gegner da drinnen, die muss ich hier anscheinend von oben überraschen. Mal sehen. Okay. Zerschmettern. Okay. Und warte mal. Hier ausschalten! Woah! Oh wie geil! Oh wie geil! Ihr solltet euch mehr um eure Sicherheit kümmern. Ah! Oh mein Gott! Schön auf die Fresse geknallt! Oh oh! Oh! Der wollte feiern! Habt ihr gesehen? Der wollte auf mich schießen! Scheiße! Der wird auf mich jeden... Oh! Ich... Nein! Greif doch den anderen an! Ja! Oh! Greif den doch an! So! Jetzt gibts auf die Fresse! Du wolltest mich erschießen! Pam! Ein Finisher für dich! Du dummer Krüppel! Das hast du nicht nur an! Was haben wir denn da drin denn hier? Alter Poison Ivy! Das macht das Ganze ein wenig interessanter! Sir! Es ist Batman! Er ist hier! Hast du erwartet mich zu finden, Pam? Jo! Da muss ich dich leider enttäuschen! Jo! Leider! Ich zieh dir die Kamera an! Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst! Äh ne! Hör zu Patrick! Wir gehen jetzt hier raus! Schön langsam! Wenn du was dummes versuchst! Blas ich dir den Schädel weg! Ja! Und wen interessiert das jetzt? Dann schieß sie halt über den Haufen, die Alte! Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle! Nein! 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 No! Tja! Es geht nichts über natürliche Immunität! Tja! So kann das natürlich auch laufen, Bösewicht! Jetzt hatte ich hier die Poison Ivy! Kalt gemacht! Also kalt gemacht! K.O. geschlagen! So! Die scheint jetzt hier aus diesem Verlies hinauszukommen! No! Und die Türe? Ah! Da geht die Türe auf! Guten Tag! Hey! Du hast ja keine Schuhe an! Da wird dir doch kalt werden! Oh! Da regelt sie sich! Das ist aber auch ne schöne scharfe Schnitte hier! Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Ne! Kein Hallo! Sag schon! Sprich! Where is he? Dann brennt jede Pflanze in Gotham! Tja! Zünd dich an! Eigenherlich! Alles begann mit dem Treffen! Welches Treffen? Alle waren da! Pinguin, Two-Face, Riddler! Sogar Harley! Scarecrow hatte angeblich einen Plan! Wir würden dich gemeinsam erledigen! Und Gossam würde dann uns gehören! Nur über meine Leiche! Genau das war wohl der Plan! Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht! Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt! Wie schade, dass ein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt! Die Natur siegt immer! Hm! Ach fuck! Ich hatte sowas schon... Ich wusste doch! Wird er's je lernen? Ne! Wird er nicht! Er hat sich ja in den anderen Teilen hat er sich auch jedes Mal hier festnehmen lassen von irgendeiner Pflanze krallen lassen! Jedes Mal das gleiche mit dem Batman! Sollte mal dazulernen! Oha! 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 Tja Baby! Jetzt kommt sie mit mir! Oha! Was ist los? WTF? OMG! Da kommt ein Panzer! Los, los, los! Wir haben das Ziel, Sir! Er ist umzingelt! Bist du sicher, dass er es ist? Verständlich, das ist Batman. Shit, was mach ich jetzt? Ah, Batmobile, warte. Ne, Batmobile, Fernsteuerung. Wow, wow. Alter Schwelius machen hier die Reifen. Oh yeah. Jawoll. Hoho, ich hab selbst ein Panzer, ihr Penner. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Hihihi, haha, tja. Batman, ich habe sechs unbemannte Panzergesichtel, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Och, wie geil hier. Ich kann vom Fahrmodus in den Kampfmodus wechseln. Und seht mal hier, das steuert sich jetzt wie ein Hovercraft. Ist ja geil. Also, das hat jetzt mit der Fahrzeugsteuerung nichts mehr zu tun. Sondern hier kann ich wirklich... Wahnsinn, hier bin ich wahnsinnig... Oh. Hoho, siehste. Hier bin ich wahnsinnig manövrierfähig, wollte ich gerade noch sagen. Und die Bastarde werde ich jetzt alle über den Haufen schießen. Oh, Pam. Jawoll. Oh, komm hierher zum Papa. Der hat hier auch noch eine Kostprobe aus seinem 60mm geschützt für dich. Pam. Hab ich dich in die Luft gespenkt, du dummer Krüppel. Sehr schön. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Oh, Kofferraum. Wie praktisch. Ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen in den Krieg. Das machen wir. So, wo muss ich denn jetzt hier mit der Poison Ivy hin? Aha, hier. Was haben wir da für einen Wegpunkt? Führe eine Waffenenergie-Systemdiagnose für den Kampfmodus aus. Aha, und vollständig. Training abschließen. Oh, habt ihr den Typ gesehen? Der kam dem Batmobile zu nahe und wurde geschockt. Hahaha, du dummer Krüppel. Die Waffenenergie-Systemdiagnose. Okay, was muss ich jetzt machen? Mhm, okay. Das krieg ich hin. Pan. Jawoll. Da komm her. Pan. Okay. Oh, wie geil. Ich kann... Oh, ho, ho. Very nice. Oh, das ist ja mal geil. Alte Schwede. Für jeden Treffer kriege ich hier Energie. Die lädt sich auf und dann kann ich hier eine Spezialattacke starten und hier Raketen abfeuern. Okay, jetzt muss ich das hier ganz aufladen. OMG. Vier Raketen. OMG. Very nice. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketenschmerfeuer auf Stufe 2 aufladen und vier aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Okidoki. Machen wir dort. Wo sind denn die Ziele? Ah, da kommen sie schon. Da haben wir Nummer 1. Oh. Oh, scheiße. Das war... Was heißt scheiße? Glücklicher Zufall. Ich hab den getroffen. Dabei hab ich gar nicht auf ihn gezielt und hab dann plötzlich einen anderen getroffen. Oh, ich muss weg. Diese... Oh, wenn's rot ist. Oh, wenn's rot ist. Oh, fast hätte er mich erwischt, der Bastard. Das ist sehr praktisch, dass mir hier angezeigt wird, wo die denn hinfeuern. So, jetzt hab ich dich und jetzt gibt's... Pam, 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 pam. Jawoll. Alle zerballert und zerscheppert und zerteppert. Perfekt. Abgeschlossen. Okay, fortfahren. Ja, lass mal drücken. Ah, okay. Das war ne... Ne, Stunz. Verstehe. Ich hab das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. Vernichte die Gruppe Drohnenpanzer, die die Panessa Studios besetzt halten. Mhm. Mhm. Wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Jawoll. Alter, sind das viele Panzer. OMG. Gott sei Dank feuern die nicht alle gleichzeitig. Das wär die Hölle. Jawoll. Aber ich zerleg hier einen nach dem anderen. Komm her. Du dummer Bastard. Oh, weg hier. Jawoll. Schön die Raketen abfeuern. Und jetzt hab ich hier noch einen, der übrig ist. Komm her zu Papa. Pam. Hab ich dich zerlegt. Perfekt. Sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die Letzten. Naja. Hoffentlich sind das nicht die Letzten. Denn der Papa, der will hier noch andere Panzer zerlegen. Das ist nämlich super lustig. Bring Ivy zu den Arrest Serum. Na gut, denn noch wartet mal. So, Ivy, die haben wir ja hinten im Kofferraum eingesperrt. Hoffentlich hat die jetzt noch genug Sauerstoff. Die bringen wir jetzt mal hier. Ja. Ins Gotham City Police Department. Batman hat einen Panzer. Das ist unfair. Find ich aber nicht. So, was wartet? Was war denn das jetzt hier? Ladebildschirm habe ich hier. Ladebildschirm habe ich hier. So, GCPD. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zellbereich. Okay. Bring sie nach unten in den Zellbereich. Machen wir das. Formale. Oh, scheiße. Alter. Oh, ich feier alles zu Schrott. Ah, da muss ich hin. Warte. Nicht schießen. Das ist Batman. Was ist das für ein Ding? Das ist doch ein Witz. Ich dachte, wir werden angegriffen. Tja. Wirst nicht angegriffen, sondern ich helfe dir. Hau dir heute bei der Analyse des Angsttoxins? Hm. Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist, und ich zeige dir, was ich bisher habe. Wo hast du denn fahren gelernt? Bei meiner Mama. So, komm, Ivy. Lass mal hier jetzt in die RS-Zelle gehen. Denn du bist ein böses Mädchen gewesen. Und böse Mädchen bringt der Batman auch in den Knast. Ne. Da kenne ich keinen Unterschied. So. Okay. Okay. Da ist eine Sahneschnitte, die Poisen, Ivy. Wie ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Weil ich sie festnehme. Und dann bringe ich sie in den Knast, so wie dich jetzt gerade. Wie willst du Hohorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy. Das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll. Noch eine Zelle. Fühlst du dich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin? Ja. Fühle ich mich tatsächlich. Passt. Gut. Haben wir hier mal wieder schön was geschafft. Das bedeutet für dieses Video, damit es mich zu lange wehrt, werde ich das jetzt hier beenden. Mit den Worten Okidoki Kloßburg-Exe und Blubber-Erschchen. Herzlichen Dank, dass ihr euch mein Let's Play angesehen habt. Ich hoffe, ihr hättet Spaß. Wenn ihr den hattet, dann abonniert meinen Kanal. Wenn ihr sagt, ne Papa, du hast die Panzer ja viel zu schnell alle gemacht. Tja, wenn ihr das denkt, dann hilft dir nur eines, nämlich abonniert meinen verdammten Kanal. Wie auch immer euch entscheidet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Überall in der Stadt. Cash. Eine Zusammenfassung.